Mein Name ist Daniel Holling, ich bin 25 Jahre alt, Gebietsleiter bei der Postbank-Finanzberatung in Schleswig. Ich kümmere mich um den Bereich der Finanzierungen. Hierzu zählen allgemeine Immobilienfinanzierungen rund um Neubauten und auch Bestandsimmobilien, die die Kunden erwerben möchten. Des Weiteren kümmere ich mich dann ausschließlich um den Bereich Ratenkredit. Hier verhelfe ich den Jungen und auch den älteren Leuten, sich die Wünsche zu verwirklichen. Leute, die den Führerschein gerade absolviert haben, die sich jetzt zum Beispiel ein Auto kaufen möchten, dem möchte ich das Ganze ermöglichen. Den Traum von der ersten Einrichtung für die Wohnung oder für das Haus, die jetzt zurzeit nicht stemmbar sind, die möchte ich, die unterstütze ich damit und gleichzeitig ermögliche ich Ihnen auch den Kreditwunsch, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Ich bin dort stetig unterwegs, im stetigen Austausch mit Kunden, lernen auch jeden Tag neue Menschen kennen. Und das ist einfach so das, was mich antreibt, den Bedarf des Kunden einfach zu wecken und den maßgeschneiderten Lösungen zu präsentieren. Man kann René auch gut nach der Arbeit noch erreichen und er ist sofort fein da. Er stellt seine Kunden immer an erster Stelle und dadurch hat er mir auf jeden Fall meinen Traum verwendet.